Zuhause in so kleinen Stadien sind die Mannschaften in der Champions League doch noch ein Stück stärker, als wenn sie nach München kommen in die Arena. Wir haben auch nicht unser bestes Spiel gezeigt und deswegen war es eine enge Kiste. Wir haben einfach nicht unser Spiel gemacht, was wir sonst immer machen. Schwierig zu sagen, ich glaube einfach, dass wir darauf mehr arbeiten müssen und dass es jetzt schon ein paar Spiele so ist, dass wir ein bisschen Schwierigkeiten haben. Was wir im Griff bekommen müssen, sind die ersten Minuten. Das haben wir jetzt schon seit ein paar Spielen, dass wir ein bisschen immer länger brauchen, um ein Spiel zu finden und so den Gegnern immer so die Chance oder den Glauben geben, dass er was holen kann gegen uns. Das müssen wir wieder im Griff bekommen, dass wir besser agieren, vor allem in den ersten zehn Minuten oder Viertelstunde. Wenn wir gewusst hätten, dass wir nach vier Spielen zwölf Punkte haben, hätten wir gesagt, es ist super gelaufen und deswegen brauchen wir da auch nicht groß negativ werden, aber natürlich wollen wir wieder besser spielen. Vor einem Jahr hatten wir mal den Borisov verloren. Wir hatten jetzt das Hoffenheim-Spiel, da haben wir vor einem Jahr auch nicht besser gespielt. Also wir müssen sehen, was unser Anspruch ist, dass man auch Dinge besser machen kann. Selbstkritik ist immer ein guter Ratgeber, aber man muss auch die Kirsche ein bisschen im Dorf lassen. Bundesliga aktuell, wir sind Fußball. Bundesliga aktuell, von Montag bis Freitag, immer 18.30 Uhr auf Sport1. von 14 Uhr auf Sport2. zum nächsten Mal. von 15.500 Uhr ed 2030. bei 18.30 Uhr, bei 18.30 Uhr schießt abreib pense, bei 18.30 Uhr, bei 18.53 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020